Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Creative Mode. Wir sind immer noch hier in unserem Dörfchen, was noch keinen Namen hat, am Terraform. Das haben wir hier nicht schon. Wollte ich gerade sagen, wir hatten doch einen Namen. Igros, meine ich, hatten wir da, ja. Berlin Marzahn. Yay, Plattenbau. Nein, das willst du nicht. Wir hatten da, genau, Heelbrack hatten wir gesagt. Genau, Heelbrack. Heelbrack, genau. Weil ich hatte ja vorgeschlagen, einfach den Namen zu klauen aus Guild Wars 2 von den Nornen, Hohlbrack, so wie sie das nennen. Und da sagtest du ja, Heel, was war das nochmal? Heel ist im Prinzip die Hölle der Wikinger, kannst du sagen. Ja, passt doch zu uns. Da es doch ziemlich ähnlich geschrieben ist, passt eigentlich ganz gut. Ja, das würde ich auch sagen. Auch klimatisch dann. Ja, ja, genau. Huch. So, wenn wir hier mit dem Terraform fertig sind, machen wir sofort mit der Kirche weiter. Oder, ach mein Gott. Mit der großen Halle. Irgendwann, wahrscheinlich, wenn wir an der Kirche bauen. Du musst aber dazu sagen, wir hatten ursprünglich vor, nur ein Tempel zu bauen. Ja, ja, genau. Die große Halle, das hattest du ja dann so gesehen gesagt, vorgeschlagen, was auch immer. Genau. Weil erstmal, wie gesagt, wieder ein bisschen reinkommen. Ja, ja, genau. Gut, ich nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Topol ist das jetzt? 54? 54. 54. Die vorherige, die wir gerade gemacht haben, war 53. Ja. Und jetzt, das müsste 54 sein. Boah, da sieht man schon. Von, ich finde mit dem Berg, das fällt gar nicht auf. Das ist so reinge... Ja, gut, ein bisschen neckig, aber... Ach, die Klappe. Es ist mein Schnell. Es liegt wahrscheinlich da. Sag doch nicht sowas. So, was für ein Material? Ja, das würde ich nie tun. Für, für... Holz. Warte. Holz. Holz. Eichenholz. Ich weiß gar nicht, was hat sich da noch gemacht. Birkenholz, Tropenholz, Akadienholz, Schwarzeichenholz. Hm? Holz. Ja? Ich muss mir die erstmal angucken. Die gab's damals noch nicht. Ja, wo, wo du, glaube ich, letztes Mal Minecraft gespielt hast, da war das wirklich einfach nur Holz. Ja, genau. Und jetzt gibt's ja auch tausende verschiedene... Ja, wobei, es gab schon Birken. Ja, aber du hattest nur das Standard Eichenholz oder die Eichenholzbretter. Ja, aber es gab Birken. 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 Äh, warte. Dürken? Birken? Ich steh unter dir. Ich hoff mir ins Gesicht zu spriten. Warte. Zack. Hauptsache, im gleichen Sitz. Äh, der schon mal nicht, der ist mir zu rot. Was damit? Schwarzeichenholz? Könnte vielleicht zu dunkel sein, aber für die Außenhaut würde es eigentlich ganz okay aussehen, oder? Ja, gut, ich würde praktisch als Säulen würde ich sowieso Baumstämme nennen. Ja, klar, das sowieso. Weiß ich nicht, Birken würde ich als Boden nehmen. Okay. Wie viel das aussah. Bäh. Ich glaube, du wirklich richtig stehst. Ob du wirklich richtig stehst? Zwei doofe eingedankt, oder? Der weiß ich nicht, der sieht mir zu Bambus-mäßig aus. Okay. Das Tropenholz. Das ist vorhin. So runter. Also den hier auf jeden Fall aus dem Boden. Das Birkenholz. Birkenholz. Okay. Das und das. Einen Eichenschliff brauchen wir nicht. Ja, aber das ist mir schon fast zu dunkel. Mhm. Dann würde ich sagen, Eichenholz. Oder was ist hier mit? Nee, das ist auch zu dunkel, ne? Fichtenholz. Könnte man eventuell als Umrandung irgendwie nehmen. Ja. Also dann würde ich sagen, Birke für den Boden. Eiche für Wände und Decke beispielsweise. Oder Decke dann was ganz anderes. Und das für Verzierungen und Details. Oder Eyecatcher. Ja. So, nächste Entscheidung. Hey, geh weg da. So. Ja, Alter. Wie viele Bäume gibt es denn mittlerweile? Ja, das ist... Verrückt. Den würde ich auch nicht nehmen. Der sieht irgendwie aus wie ein Ork. Der hier. Ja, ja. Also wie so ein alter Ork, der irgendwo... ...schon ein bisschen länger liegt. Oh, Fichtenholz. Weiß nicht, finde ich jetzt nicht so geil. Äh, Fichtenholz nicht. Hier schön Eichenholz als Säule. Schauen wir uns mal so. Also, also die hier. Ja. Okay. Äte. Ja, würde ich sagen. Weil die eine ist zu dunkel und die andere... Zu grau. Zu grau. Ja, da würde ich einfach mal sagen. Dass der Platz immer noch nicht reicht. Vertraue mir, das reicht nicht. Gut. Nach dem, was ich dir vorhin geschickt habe, hast du gesagt, es ist zu klein. Ja, ja. Dann bauen wir hier das und dann ebnen wir das noch an. Mit ganz vielen Blickgeräuschen. Da, 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 da. Aber noch. Ha, da's what she sent. Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Weil du mich kennst und liebst. Naja, letzteres weiß ich noch nicht. Nicht mehr in Ordnung schlüssig. Oh, Baby. Im Bett sagst du immer was anderes. Das sagst du doch nur, weil du jetzt in der Aufnahme bist. Was? Sehr sicher. Du musst den Schein ja bewahren. Du hast einen Krankenschein? Nein, ich hab Urlaub. Nicht so warm. Leck mich einfach. Ich nehm nicht mehr mit dir auf. Egal, dafür krieg ich Geld und du nicht. Naja, ist ja auch nicht ganz richtig, ne? Doch. Per Urlaubsgeld? Egal. Ich meinte eher wegen der Samstagsvergütung bei mir und so. Aber egal. Samstagsvergütung? Wie sonst nicht? Hätte ich mal die Samstagsvergütung gemacht. Ja. Oh Gott. Ja, das sieht schon besser aus. Also so drei Viertel des Platzes einfach nur eine Halle. Ja, so ungefähr. Das heißt ja nicht umsonst große Halle. Dann warte ich mich schon mal. Dann würde ich sagen, können wir erstmal wieder ein bisschen von der Erde wegkloppen. Weil wir ja den Boden bachen müssen. Bauen müssen. Das würde ich sogar tatsächlich hinterher machen. Den Boden meinst du das? Ja. Ja. Also erst Grundgerüst. Ja. Das heißt Eichenholz erstmal. Ja. Sollen wir die Ecken, also wenn wir jetzt die Ecken der Außenkontur mit dem Holzstamm machen? Ja, ne? Praktisch, äh, so. Ja. Ja, das ist dann die große Halle hier. Open Air. Ja. Wollte gerade sagen, da steht da einer. Bleh, bleh. Jetzt irgendwas am Drellern, wird keiner versteht. Alle freuen sich. Ja. Ähm. Dann, dann ziehen wir die Außenkanten. Weil ich, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen. Ja. Nein, verdammt. Voll am Ausrasten. Nein, wir brauchen einen Eingang. Geht auch nicht. Eingang. So, mach vier, vier breit. So. Hier, breit? Vier, vier, vier breit. Voll am Falsch. Ja, so. Wir breit. Ach. Okay. Äh, ein. Oh? Ich baue dir einfach mal symmetrisch nach. Ja, ob es dann in der Klappe, weiß ich nicht. Nein, stopp. So schlimm, wie der Holz bin. Wenn du blöd bist, weiß ich nicht. Die Linke, der Gäste. Bananen-Bufflee. Banane. Banane. Nein, aber auch mit Banane. Jetzt hab ich wieder die Mini in der Klappe. Ba, 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 na. Ja, richtig. Na, von beiden müssen wir da drin. Na, kann auch. Kann auch. Kann auch. Sehr gut. Huch. Hä? Was? Hä? Hä? Ich hatte Eichenholz in der Hand. Ich baue. Auf einmal hatte ich Birkenholz in der Hand und baue Birkenholz. Schon strange. Ich freue mich jetzt schon auf das Dach. Oh, ja. Wie groß das wird. Ähm, nein. Meinst du, es reicht? Ja. Oh, das ist zu viel. So, als eine Halle sollte es reichen. Ja, gut. Ich glaube, so viele Einwohner wandern hier, oder? Ach, egal. Kommt vorbei. Ich hab vor, eine Disco zu machen, ne? Ja. Dann reicht das. Weißt du, hier, hier. Oh, die große Halle. Voll der Altarzt. Ah, Disco, yeah. Voll der Tempel. Und, Entschuldigung, ähm, in der Steinstadt, ja, wir machen ne Dampfsauna, ne Disco. Stopp. Oh. Ich hab ein paar Gäste. Oh, shit. Weißt du, was ich mir gerade überlege? Sollen wir das an den Seiten jeweils um zwei verkleinern? Dass das ein bisschen länglicher aussieht, nicht so quadratisch? Quadratisch praktisch gut? Ne, das gibt's nur Praktika. Praktika ist nicht mehr. Ach, was weiß ich. Quadratisch praktisch gut war auch Rittersport. Also, dass wir das so machen, so gesehen. Ja, sieht besser aus. Okay, dann die erste gute Idee, die ich hatte. Yay! Ja, was? Na, was? Ja. Ja, das sieht schon, das ist dann auch nicht so übertrieben riesig. Ja. Ich pass das jetzt aber nicht. Warte. Was hast du wieder gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hab hier sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was kannst du eigentlich? Anscheinend nicht zählen. Und das ganz gut, ne? Eins, zwei, drei, fünf. Zwei, drei, vier, zwei und vierzig. Bananen. Teebeutel. Fiefert hat noch mit dem Bauch schon. Ich weiß es nicht, was du meinst. Klockadl. Ach so, ja, ja, ja. Nee, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Moment. Timeset. Timeset 1000. So, sie sagt mal, sasa. Baba? Willst du eine komplette Umrandung machen, oder? Ja. Okay. Außer was, was dagegen? Ich meine, das ist immer in deinem Server. Ja, aber trotzdem ist es unser Projekt hier. Voll am eskalieren? Ja. Na, doch nicht so weit. Da würde ich wieder zu weit. Hallo. Hallo, hallo. Wahrscheinlich in der Aufnahme wie so ein Maschinengewehr, ey. Ja, vor allem deine Maus. Ja, das meine ich ja. Man, dann kannst du nichts machen hier. Was ist denn? Nicht mal zubauen, ey. Nein, hier lassen wir auf, ne? Was? Oh. Hier. Hier. Ja, 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 ja. Machen wir erstmal dicht. Fenster oder, oder, äh, Aussparungen kann man immer noch machen. In the dark. Sollen wir das hier so machen? Was? Hm, das sieht irgendwie blöd aus. Ja gut, ich hab eigentlich gedacht, ne Tür rein. Ja, aber wenn du jetzt guckst, jetzt machst du das so, dann ne zwei Tür rein. Ja gut, das geht. Ja, ja, ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Nein. Na doch. Nimm die. Es müsste so Western-Türen geben, oder? Das sind Salon-Türen, Alter. Ja, sie ja. Ne, die sind aber... Was war das? Ich schätze den Dreier-BMW. Diese verdammte belebte Kreuzung. Also zusätzlich zu den Klickgeräuschen, einfach mal Motorengeräusche, sonstiges, keine Ahnung. Live-Litz-Play. Ich hör da eine Klicks-Sound sogar im TS. Alter, das ist schlecht. Äh, sehr schlecht. Egal. Wie gesagt, ich rede, wenn ich klicke. So. Ja, ich muss das Mikrofon gegebenenfalls so ein bisschen vom Pegel runterschrauben noch. Aber egal. Du hast das ja auch noch nicht so lange, ne? Ne, ich muss das erstmal komplett einpegeln alles. Das sind... Äh, hör mal. Rote Sandstein-Treppe, wie sieht die aus? Nicht gut. Oh, sieht viel Scheiß aus. Ähm. 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 Ich denke mal, die brauchen wir es. Nehmen wir denn das Dach? Ich meine, wir nicht die, sondern die. Würde ich schon fast sagen. Ne, ich will die nicht komplett aus Stein haben. Mhm. Das sieht nicht so geil aus. Oder was ist, wenn du die untere Ebene... Du hast ja so das Dach aus zwei Ebenen gebaut, ne? Wie? Was, was, welche, was du mir gezeigt hast auf dem Bild. Ja, richtig. Äh. Da hatte ich das aber so, dass es, ähm... Und? Praktisch... Praktisch... So, weil es eine Reihe war. Nur halt als normaler Block. Hm. Weil es jetzt halb zwei sind. Ne, ich meinte, du hast es... Müsste man dann so abschließen oben. Okay. Ja gut, nee, das ist eigentlich ganz geil, weil dann kann man das machen... Warte, 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 lass es mal. Ach so. Wenn das jetzt oben wäre, ne? Ja. Dann könnte man das... Huch. Nein. Jetzt. Was willst du denn? Warte. Warte, einmal einen ganz normalen Block. Wenn man das so... Und so macht. Zum Beispiel. Doppel-T-Träger. Dann wieder so. Das sieht aus wie ein Kreuz, ey. Das sieht cool aus. Das sieht aus wie ein Grabstatt. Ganz ehrlich, wenn du ihn von meiner Friedung machen, merkst du den Ehren. Ja. Was merken? Was? 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 Oh nein, das stimmt wirklich. Und nein, das stimmt wirklich. Also nicht und ja, das stimmt wirklich. Nein, nein, das stimmt wirklich. Nein, 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 nein. Jetzt red dich raus, weißt du. Tu mal einen auf cool hier, weißt du. Kann ich nicht. Ich kann nichts so tun, ich bin halt so. Oh Gott. Ja, von mir alles raus im Mund ist, äh. Oder? Ich würde sogar ein bisschen, also ich würde es, ich würde es, äh, ungefähr so das Holz wie hier. Also die, die, das, äh, gut, das ist Eichenholz. Ja, aber das passt gut. Fichtenholz. Fichtenholz. Ja. Ah, ist klar. So, und während du da jetzt gerade baust, sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Alles klar. Weil, ähm, weil die Zeit hier nicht. Ja, erst mal das und ich habe noch ganz kurz was zu tun. Aha. Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss!